Die Vereinbarung zwischen CDU und CSU zur Regelung von Migration an den Grenzen hat eine große Zustimmung in der Bundestagsfraktion erfahren. Horst Seehofer und Bundeskanzlerin Merkel haben angekündigt, dass es jetzt rasch in die Umsetzung gehen wird. Deswegen haben wir heute Abend noch einmal einen Koalitionsausschuss mit unserem Koalitionspartner, um die Dinge dort zu besprechen, abzustimmen, damit wir jetzt schnell zu Ergebnissen kommen. Werden über das hinaus, was in der Vereinbarung geregelt wird, bleibt es natürlich dabei, dass wir all die Maßnahmen, die auch auf dem europäischen Gipfel vereinbart worden sind, umgesetzt werden. Dass wir beispielsweise auch die Schleierfahndung in ganz Deutschland an allen Grenzen verstärken. Es ist jetzt ja vor allem über die deutsch-österreichische Grenze gesprochen worden. Und es bleibt dabei, dass wir jetzt sehr rasch Horst Seehofer hat angekündigt, dass er jetzt gleich mit Italien und Österreich sprechen wird, damit wir das umsetzen. Also, wir sind jetzt auf einem guten Weg, Regelungen umzusetzen, die zeigen, dass der Staat das, was er anordnet, auch umsetzt. Danke.